Da Leute ja meinen Höllenpenny so sehr vermissen, habe ich meinen Edeka-Penny heute aufgesucht und möchte folgende kurze, absolut und in jeder Hinsicht wahre Begebenheit schildern. Ich gebe diesem den Titel Der deutsche Allmann, soziologische Feldversuche Nummer 1. Ich gehe zum Höllen-Edeka, vollbepackt mit Pfandflaschen. Möge der Erfinder dieser Sache in Dantes unterstem Kreise schmoren. Egal, eine Schlange, also nicht die aus dem Paradies, die andere Art. Zwei Automaten, einer wie fast immer kaputt, da stehen sie wie die Dullis, geduldig wie die Schafe, die Allmanns. Keiner geht rein, keiner holt bald einen Edeka-Typen. Der zweite geht kaputt, die Schafe stehen da, denken, 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 was sollen wir tun? Wer wird uns erretten? Ich gehe in den Höllen-Edeka, schnappe mir den ersten Typen und heische ihn zur Pfandmaschine. Gehe zurück, stelle mich vorne an die zweite Maschine, die der Edeka-Typ zuerst repariert. Drei Allmann stimmen hinter mir, sie müssen sich hinten anstellen. Ich drehe mich um, grinse. Nein, mache mein bestes Palpatine, lache, dass ich jetzt nicht hinkriege. Ich gebe geduldig meine Flaschen ein. Zwei Flaschen nimmt er nicht an, keine Ahnung, nehmen wir nicht an. Ich werfe sie einfach zur Seite, Zeit ist wertvoller als Geld. Dumme Allmanns greifen, hartgierig nach den zwei Flaschen, die ich zur Seite werfe. Ich gehe weg und denke mir, it's not about the money, it's about the message.